Günther und Helga, das sind immer wieder die Letzten, die gekommen sind und die Ersten, die gehen. Ich finde das total unverschämt. Ne, ja, müssen wir ja auch nicht nur mal einladen. Das ist klar. Kann mir jemand mal die Fischsuppe geben, gar mit den Hühnerbeinchen? Die neuen Nachbarn, ne, sind so Sücher, nur Früchtlinge oder schließen wir jetzt immer richtig die Türen ab. Man weiß ja nicht. Ja, richtig so. Er hat ja die Merkel-Frauen alles. Du, Jonas, den Eiersalat kannst du hier ruhig nehmen. Der ist vegan. Da ist nur Fisch drin, aber ist vegan. Ne, veganer ist nur gra... Das kann nie vegan sein, ne, Jonas? Ja, der ist gut, der ist gut. Ne, man darf ja jetzt wohl nicht mal Metzig-Goldner-Stütze sagen. Das haben sie uns jetzt auch noch genommen. Ich versteh's nicht. Wie die Grünen und SPD sind das, den kannst du danke sagen. Kann mir jemand mal ganz kurz den Ferkel-Auflauf rübergeben, vorne? Ulrike, bitte? Das mit der Kalbsauce, mit der leckeren Kalbsauce vom Kalb. Ja, ja, genau. Das ist lecker. Das ist super. Super lecker. Danke, Ulrike, ma? Ein Kalb ist auch vegan, weil es ein Wolf, äh, Garst ist. Seit 1945 ist nie mehr das Gleiche. Ne, haben sie jetzt nicht schon wieder. Nicht am Esstisch. Gibt's noch Pferdesuppe? Hast du ne Freunde, Jonas? Sonst ist die Tania noch frei. Das ist seine Cousine. Meine Frau ist meine Schwester.